So, hier findet ihr dann den brodelnden Rammer. Das ist das dicke Ding da unten. Das war vorbeugend, er hält eine Menge aus. Boah, Alter, Schwede. Jetzt gibt es erstmal Dropkick. Juckt den nicht? Okay. Guck mal her. Scheiße, viel zu weit weg. Oh, hau ab. Ist das nicht dicht oder was? Alter, was hält der denn aus? Ich denke bei dem geht man besser hier rauf. Geht das? Au. Lass mich los. Lass mich los. Ab mir runter. Geh doch runter, Mann. Alter. Jetzt gibt es die aber. Jetzt ist Schluss mit Lustig. Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Oh nein. Weg Kolum. Tschüss. Boah, das hat mich selbst weggesprengt. Au. Alter, was ist das denn für ein Gollum? Jetzt kommen die die Starken an und geschissen, oder? Ohohoho, massiver Baum. Geht weg. Boah, eine Fresse, willst du noch umfallen, oder was? Ah, ist ja gut, dann machen wir mit dem Knüppel weiter. Ah. Kleiner Fresse. In Spill. Boah. Noch so einer. Ohohoho. Hall' um! Eier Mann war der massiv! Jaw' um! Das war's für heute. 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 So, der muss jetzt einfach nur wieder gekillt werden. Oh. Tschüss. Ab, Alter. Das war's für heute. Hey, der hat mir ein Ding gezogen. Oh, oh. 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 So, wo bist du? So, wo bist du? Macht das? Macht das keinen Schaden bei ihm? Oh, oh. 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 Haha! Der ist gut! Haha! Denk! So, weiter geht's! Das mag er doch auch nicht! Genau, fall um! So, und weg hier! Hier sind deine gewünschten Organe! Gibt es irgendwelche neuen seltenen Monster da draußen? Also erstmal kommt ihr hier natürlich nachts her, damit die ganzen Zombies aus der Hütte raus sind, ne? Dann geht ihr hier in diesem Eingang an der Seite rein. Ich mach's mir jetzt leicht, weil ich schon Besen hab. Ich flieg da einfach rein. Ansonsten müsst ihr jetzt sehr vorsichtig sein, weil hier alles von der Heula ist. So, jetzt hier rein hoch. Ey, hör mal auf damit! So, jetzt hier links hoch. Jetzt da hoch. Links, links und geradeaus. Und hier ist das Ding. Und hier ist das Ding. Aber es macht auch das ziemlich stark. Haha! So kann man's natürlich auch machen. Eier! Eier! Das Ding ist ja aus Eisen! Boah! Trotzdem hier noch alles von mir zocken. Hohohoho! Boah! So! Spielen wir das mal mit dem Boden. Lass mal wegen hier kalt machen. Alter! Hier! Bitteschön! Knackt hoch! Boah! Boah! Meine Fresse! Das haut aber rein hier! Hohohoho! Alter! Boah! Schnell weg! Nein! 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 So! Aber Knubbel ist schon fast Schrott. Och! Dann recken wir einfach mal! So! So! Dann los der Kolum! Oh! 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 Das ist ja eigentlich nicht! Dann packen wir mal die guten Pfeile raus! Dann würde ich hier genau auf den Pfeilen holen. Oh! Oh! Ist ja ein Stück steinlos denn! Oh! 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 Springfight! Alter! Ich habe doch Springfightwerke geglaubt! Oh!!! Oh, gute Weile. Let's head down. Danke, bitte. Das ist das andere Ding. Oh, gute Weile. Oh, gute Weile. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Was die denn hier ist, Herr Schwerper? Ach, da oben! War gar nicht müde, die beiden zu tun. Sinds du, oder was? Ist er runtergefallen? Wo ist der denn jetzt? Au! Hey! Finger von mir weg! Hey, da! Wer ist hier? 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 газifizistististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististist wie ist gelaufen welche man denn allein brauchst du heute so mal schauen wo unser übeltäder ist das ist der bleib stehen ich habe mich selbst runter gesprengt schnell weg wo ist das ding gollum 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 was hast du für mich so mal schauen was uns hier erwartet ach du scheiße ich hoffe ihr habt genug Pfeile mit dabei gollum 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 mit denen ist das schon besser gollum 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 Was war das denn? Was war das für Schatten? Ich gebe hier mal Feuerpfeile. Ein bisschen besser. Feuer mag er nicht. Deine, Alter! So, ich glaube ich mache mal ein paar Feuerpfeile. Da steht er nicht so drauf. Jetzt hat er angefressen. Hier. Nicht mit mir. Das kannst du rein wollen. Oder doch nicht. Alter, der hat aber auch am Leben. Da hinten ist nur noch einer, Alter. Nee, muss ich nass gehen. Bitteschön. Boah. Hier. Da. Fang. Na! Der Mann hat eine Prank hier. Nein. Nein! Auch ab mit deinem Scheiß, doch. Mann, was ist das für ein Gollum, ey? Ja, weiß ich. Ja, weiß ich. Lass mich da raus. Ach, scheiße. Der mag er das ja nicht. Mann, mach das nicht guter auch hier. Boah, Alter. Alter, schädig. Oh nein, Mann. Zieh hier. Ja, scheiße. Müll, Mann. Ja, geht's verringendlich. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Na, endlich. Meine Fresse. Ab. So, wo war die Anna? Hm. Weg. Jetzt haben wir noch so'n Scheißer vor uns. Mann, hier, das ist einer, den mal gut mit Freude wegmachen kann. So'n Troll. Ah! Ja, geh hoch, ja. Na. Ja, was soll? Naja, der war anfälliger für Gift, ne? Oder auch nicht. Haha, du hast ja auch feige. Ach, scheiße. Das dauert viel zu lange. Da hab ich kein Bock drauf. So. Da gibt es noch mehr, ne? Hallö schön. Hallö schön. Hallö schön. Hallö schön. Hallö. 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 Das kann mir wirklich auf Judy. Hey, ey, ey. Dude, du윽, was das hier war? Alter, hier muss es doch noch mehr sein, oder? Doch. Wer? Jetzt falle die um. Komm, du oder ich? Jawohl, geht doch. Hau ab! So. Ich habe das Gewebe für Haulands Vater. Hast du heute Aufträge für mich? Die Todesfeen, die lassen sich leicht mit Feuerpfeile wegschießen. Worauf ihr wirklich aufpassen müsst, das sind die Spucker da. Ja, die sind richtig widerlich. Jetzt kriegst du erstmal eine Runde. Ach, Junge. Hier. So, tschüss. Alles klar. Jetzt sollen wir einen schwarzen Schattenjäger fangen. Mmh, reizend. Ach, da hinten ist der. Oh, treibt die Sau so rum. Ah, ich bin bestimmt verrascht. Ich habe ein paar Zombies verkloppen und dann kommt er bestimmt angeschissen. Oh, das ist ja schon. Boah, Alter, was? Piss dich. Oh, schnell weg. Geschafft. Das war schnell. Jetzt noch abgeben und jut. So, jetzt sollen wir zum Garten gehen. Okay. Ah, ja. Was ist mit dir, Corvus? Okay. Ein Gläschen kann ich ja mit dir heben. Sehr gut. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Corvus. Aber lass uns trinken und das alles vergessen. Trinken, ja. Vergessen, na ja, nicht unbedingt. Ich habe keine Angst vor dir. Ich bin besoffen. Ich kann nichts sehen. Was ist der? Ach, doch. Kleine Ahnung, weißt du. Du gehörst ganz hier. Oh, Mann. Alter, wo häng ich denn fest? Oh, tschüss, Corvus. Wollen die noch plündern? Ja. Ach, nur verkippen. Du hast dich durchgesetzt. Corvus wollte mich gerade töten. Nein. Ich... 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 Vielen Dank.